Hallo, ich heiße Monika und habe seit zwei Jahren Unterricht im Klavier und Orgel bei Christian Glowatzki. Ich wurde mit einer vollständig ausgebildenen Hand geboren. An der linken Hand besitze ich alle fünf Finger, an der rechten Hand leider nicht. Ich freue mich, dass ich trotzdem mit Christian die Möglichkeit habe, Klavier und Orgel lernen zu können.